So, jetzt geht es ums Unsichtbarmachen. Thought you were going to fleece some shepherds, did you? Maybe we ought to take the shears to you instead. Listen, I mean, I'm not looking for sheep or trouble. I'm looking for a flock of swans. Swans? Swans. You know, birds. Oh, swans, of course. We should have known. Everybody comes here when they want swans. Next, next you'll be telling us you're some sort of wizard off to fly away with them birdies. Right! Wizard? Wizard? You wouldn't happen to be the great wizard that Fleece was telling us about, would you now? Fleece? He is sort of dressed like a wizard. I don't know. He doesn't look very powerful to me. Me neither. I say we don't let him buy until we know for sure. Come on then, wizard. Let's see some magic. Or else. So, also die haben mich jetzt hier angehalten und sich etwas über mich lustig gemacht, was nicht besonders nett gewesen ist. Ich weiß auch, dass es einen Spruch gab. Ich bin gerade überlegen. Die Windhose. Könnte ich mal ausprobieren, obwohl ich nicht glaube, dass die bei denen funktioniert. Aber vielleicht kann ich, obwohl die ja unsichtbar machen, das würde die wahrscheinlich auch nicht besonders beeindrucken. Okay, das auch nicht. Well, that draft didn't seem to do much good. Okay, also ich glaube, mein Gefühl hat mich nicht getrügt, dass wir das im Moment noch nicht können. Also den Spruch, den wir brauchen noch nicht können. Come on, lads. He's had enough. Let him go. Some kind of wizard, eh? Don't chip on your robe, little wizard. Get on, you lazy bunch of yous. Back to work. Ihr mich auch. So, wir werden jetzt erstmal zur Stadt aus Glas gehen. Wenn er denn da hingeht, heißt das? Okay, ich bin unten. Ich kann gar nicht hören, was sie sagen. Ich glaube, Ihre Excellency ist mit unserer Progression. Das all depends. Wie weit diese Sphäre kann ich mir sehen. Four hours, most assuredly. Vielleicht sechs, mit wenigem Glück. Only sechs hours? Aber ich expressly requested acht. Every Sphäre ist unique, Bishop. Es ist unmöglich, wie gut diese Sphäre funktioniert. Ich brauche zumindest acht Stunden. EIGHT HOURS, Master Crucible! See you to it! Na, das kann ich von hier noch nicht machen. Ach nee, kann ich hier hoch? Ah. Huh. A glass bell. I wonder what will happen if… I'm dizzy. Ah, look! Who are you, lad? And just what do you think you're doing up here? I… I'm not sure. I just rang the bell and I… Well, I'm sorry, but you're not supposed to be here. Step back under the lens, please. This is a restricted area, no visitors allowed. Good day, sir. Aber die Stimmen klängen jetzt irgendwie lustig. I guess I'm not supposed to go up there. So, mich selber kann ich nicht anklicken. Das heißt, ich kann mich auch nicht unsichtbar machen, um daran vorbeizuschleichen momentan. I'm Master Goodmode, 31st in the Noble Guild of Glassmakers. And who might you be? My name is Bobbin. Bobbin Threadbear of the, um, Noble Guild of Weavers. A weaver! Tell me, is it true that a pier beneath a weevil's hood brings instant agonizing death? I honestly don't know. Nobody's ever tried it with me. You have such a wonderful view of the sky here. Have you noticed a flock of swans flying this way? Swans? Swans. You know, birds. Yes, yes! Swans! No, I haven't heard of many swan sightings. Look around to your heart's content, weaver Threadbear. And remember, if you break it, you buy it. Uh, yeah. Softshard, wife of Lucid Bottle Blow, here attain final clarity. Ah. That's beautiful. I've never seen anything sparkle like that. Not even the long tapestry. What kind of glass is it? It was carved from a single crystal of diamond. But I thought you were glassmakers. No, we are! We are! Dear boy, this is none other than the famous Cromax conundrum, wrought by our distinguished founder Lucent Bottle Blow. His works once filled an entire museum, you know. That was before the great dragon arrived in 7342. She blew through this city like a torch, melting and breaking our finest works, plundering our museums and treasuries until we had almost nothing left. It was awful, just terrible, really a miserable time. Even Bottle Blow's greatest masterpiece, the first scrying sphere, was lost forever. But you still have the conundrum. And a lucky thing, too. It was on loan to the Guild of Vintners at the time. It is the sole remaining example of our founder's transcendent genius. But I'm still curious. Why is it diamond instead of glass? We've no idea. No idea at all. That's the conundrum, you'll see. I love you so much, Speske. Hmm. I wonder where that dragon went with Bottle Blow's other treasures. Yes. Ach, damit komme ich nur noch da, okay. Aber eigentlich müsste ich ja jetzt an den zwei Leuten vorbei und das Ding stumpf machen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das Problem ist, ich habe eigentlich gar nicht die Zeit, um das Teil stumpf zu machen. Ich glaube, ich muss an den beiden vorbei und dann irgendwie hier so eine Klingel rappeln. Ähm, rappeln. Genau. So eine Klingel klingeln und dann komme ich hier unten hin, wo ich eigentlich hin will. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mal hundertprozentig. Mal schauen, ob wir hier schnell genug sind. Aber ich glaube, ich kann nicht direkt das machen. Ja, eine Klingel ist da. Stopper! Over there! I don't believe this. Looking for trouble, are you? You're certainly about to find it. He'll not be the only one in trouble if Crucible finds him up here. Not to mention what will happen if we get behind schedule. Listen here, lad. We have secret work to do and not much time to do it. Do you understand what secret means? Yes. But it's very important that I get- Good! Please step over to the lens. Now! Stupid brass! You said it! Merkt euch mal, dass diese Sense überhaupt hier hing. Hmm. Those two are gonna be a bit of a problem. Und dieses Problem werden wir natürlich jetzt lösen. So, ich hab da eine Idee. Weil wir konnten ja von oben sehen. Ah, ja. Wir können sie anwählen. Sehr schön. What's going on up there? Ähm. Dann möchte ich mich jetzt unsichtbar machen. Hmm. Hmm. I wonder. Did it work? Only one way to find out. Das werden wir auch direkt machen. Obwohl das jetzt nicht so aussieht und so unsichtbar ist. Doch, er ist unsichtbar. Der Handebel cuts quite a figure, doesn't he? Yes. I don't doubt that Crucible's getting tired of bowing and scraping to him. Why would- Das ist nicht so aussieht. Das ist nicht so aussieht. Sehr schön. I thought they didn't believe in the future. Yeah, your guess is as loose as mine, Flute. But Crucible appears... Und dann schauen wir uns unsere Zukunft an. Sehr schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017